Gestern Abend hat ein ohrenbetäubender Knall Westsachsen erschüttert. Der Grund war ein Eurofighter der Luftwaffe, der die Schallmauer durchbrochen hat. Ein ziviles Flugzeug hatte nicht mehr auf Funksprüche reagiert und somit musste Alarm ausgelöst werden. Am Ende gab es dann die Entwarnung. Der Pilot hatte nur vergessen, das Funkgerät einzustellen. Wie aber so etwas in der Praxis aussieht, ein solcher Alarmfall, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Der Luftraum über Deutschland ist eine sensible und gleichzeitig durch den Luftverkehr stark frequentierte Zone. Sie braucht einen besonderen Schutz. Das macht die Luftwaffe im Auftrag der NATO. 365 Tage im Jahr steht dafür im Norden und im Süden jeweils eine Alarmrotte 24 Stunden am Tag bereit. Für den Schutz des südlichen Luftraums ist das taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau zuständig. Der Fliegerhorst beheimatet 36 Eurofighter. Zwei davon werden von den Technikern rund um die Uhr in Bereitschaft gehalten. Ein Alarm kann prinzipiell jederzeit auftreten. Sobald die Sirene geht, rennen wir zu unseren Ausrüstungsschränken, legen dort die Flugausrüstung an und rennen dann weiter zu den Scheltern, in denen sich die Luftfahrzeuge befinden. Wir gehen zu den Flugzeugen hin, setzen uns ins Cockpit und wenn die Triebwerke dann einmal gestartet sind, rollen wir auf das Scheltervorfeld, bekommen die Informationen über diesen Einsatzflug, den wir jetzt hier durchführen werden und werden dann zur Startbahn rollen, um dann zu starten. Dafür haben die Piloten nur 15 Minuten Zeit. Damit Piloten und Techniker für jeden erdenklichen Ernstfall gewappnet sind, werden die Abläufe minutiös geübt. Zusätzlich zur Alarmrotte steigen dann weitere Eurofighter auf, um für die Kameraden die unbekannten Objekte zu simulieren. Auch nachts. Das taktische Luftwaffengeschwader 74 leistet mit seinen Soldaten einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Luftraums über Deutschland. Beeindruckende Bilder und man kann wirklich von Glück reden, dass unsere Bundeswehr auch sehr fähige Kameraleute hat, die immer im Einsatz mit dabei sind. Nur so ist es möglich, dass sie solche beeindruckenden Bilder auch mal zu Gesicht bekommen. Wir sind gleich zurück. Wir verabschieden uns in eine kurze Werbeunterbrechung.